Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gutscheincode Video aus dem Hause Star Stable und pünktlich zum Rote Band Trail Ritt, den ihr ab morgen hier oben in den Bergen von Fear Grove machen könnt, gibt es einen neuen Gutscheincode für alle Leute, die keine Lifetime Star Rider sind. Denn für die macht es nämlich keinen Sinn, denn mit dem Code EXPLOREFEERGROVE bekommt ihr wieder 7 Tage gratis Star Rider und damit könnt ihr auch, wenn ihr aktuell kein laufendes Abo habt, das Update morgen um den Rote Band Ritt mit euren Freunden zusammen erkunden und habt dann direkt die Möglichkeit noch mit den 7 freien Tagen weiter Star Stable zu spielen, falls ihr nämlich aktuell keine Möglichkeit habt. ein aktuelles Abo zu haben. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem kommenden Update, mit dem Rote Band Ritt und dem Gutscheincode und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.